Gott leist den Weg vom Himmel zur Erde, von seinem Traum in die sichtbare Welt. Seine Gedanken sind ohne Schrecken, so wie sein Land, der das Leben erhält. Seine Gedanken sind ohne Schrecken, so wie sein Land, der das Leben erhält. Seine Gedanken sind ohne Schrecken, so wie sein Land, der das Leben erhält. Er will nicht verhindern, sich hier verbinden, öffne die Tore des Herzens in Heid. Er will nicht verhindern, sich hier verbinden, öffne die Tore des Herzens in Heid. Er will nicht verhindern, sich hier verbinden, öffne die Tore des Herzens in Heid. Er will nicht verhindern, sich hier verbinden, öffne die Tore des Herzens in Heid. Untertitelung des ZDF, 2020